da sitzt ein herr im schwarzen mit einer brille genau einfach sitzen bleiben darf ich wissen wie sie heißen paul paul darf ich ihnen die orange mal zu schmeißen typischen münchen so weiß ich bewegt mich nicht es wäre nett wenn ich bleib ruhig sitzen es wäre nett wenn bleibt das ist mein programm bleibt sitzen ihr macht aber auch jeder was er will könnt ihr hier so eine kleine schneise basteln das wäre toll weißt du wenn du nach hause was kriegst die dinge an die birne ja kommt und wie war es beim oschmann du fragen nicht aber hast du aspirin die soll lustig sein paul perfekt gefangen schlecht geworfen gut gefangen paul wie viel orangen sind da im netz drei ich brauche gleich nur eine ich darf dich bitten das netz mal aufzumachen jede orange bitte zu kontrollieren sind die durchgeschnitten worden wieder zusammengeklebt was total super funktioniert bei orangen wichtig ist wichtig ist dass wir gleich eine orange dass wir uns auf eine orange einigen können das heißt du sucht sie aus und ich akzeptiere das so was gemacht paul hast du dich für eine orange entschieden ja die liegt jetzt da hinten jetzt ist uns beiden auch klar warum da drei orangen im netz waren richtig die hatten wir beide nicht auf der agenda richtig ja also soll ich willst du die nehmen oder soll ich ist die okay du willst die dahin darf ich fragen was du beruflich machst lehrer oder bitte nach komm du bist in der achter sind die mit den dick geweinten augen okay die mama kocht die alles was du gerne isst oder gibt es auch mal sachen die du nicht magst du magst kein fleisch nein so ein schönes schweinersteak rindersteak strauß hund ist lecker